Alles was zählt, AWZ, Folge 4146, Donnerstag, 2. März 2023 Imani will an Dennis' Seite bleiben. Isabelle kann erleichtert aufatmen. Imani ist entschlossen, Dennis nicht von der Seite zu weichen und sogar bei seiner lebensbedrohlichen Operation zu assistieren. Isabelle ist erleichtert, dass Yannick ihr vergibt. Doch zu Nele hat sie eine klare Haltung. Gabriel lässt sich zu einer Nacht mit Maria hinreißen. Mit seinen Gefühlen hadernd, bemerkt er nicht, dass sie eine Agenda verfolgt. Ich bin derzeit, dass sie eine Agenda verfolgt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020